Ich war damals 15 Jahre alt. Ich bin alleine losgefallen. Das heißt, ich war alleine. Ich war damals 15 Jahre alt. Ich war damals 15 Jahre alt. Ich war damals 15 Jahre alt. Ich habe hier angefangen, in Äthiopien, dann in Sudan, in Äthiopien und in Äthiopien. Ich gehe. Dann gehe ich nach Turquen. Von Afghanistan nach Pakistan. Dann starte ich mit den Schrauben für die Sahara. Ich gehe nach Sahara mit dem Auto. Nur zu Fuß und mit dem Auto, von Syrien nach der Türkei, über die Grenze. Sahara, ich gehe nach 15 Tagen. Dann bin ich in Sahara. Ich bin vier Monate in Sahara. Dann bin ich in die Mediterranean Sea. Dann bin ich in die Mediterranean Sea. Dann bin ich in die Mediterranean Sea. Dann bin ich in vier Tage. Das ist ein großes Problem. Wenn sie auf den Strand gekommen sind, dann hat jeder einfach irgendwo gelaufen. Sie waren Somalisch, Syrienisch und verschiedene Leute. Das ist sehr afghanisch. Ach, okay. Wenn sie nach Griechenland. Griechenland. Sechs Monate. Von der Zeit musste er überleben. Und niemand gekannt. Und ich hatte nichts Geld. Und dann habe ich ein Papier bekommen. Das heißt, ich muss in einem Monat Griechen einfach weggehen. Irgendwo anders. Egal, zurück oder vor. Von Serbien. Serbien nach Ungarn. Und von Macedonien nach Serbien. Und von Serbien über die Hungarien. Dann. Wie kommen wir in Italien? Dann gehe ich in Austria. Wie viel Hauptstadt. Direkt nach Traskirchen. Es ist Traskirchen. Traskirchen. Traskirchen, ich bin fünf Monate. Drei Monate. In Traskirchen. Und dann komme ich. Tirol, Innsbruck. In Hall, in Tirol. Ich gehe nach Tirol. Und dann bin ich hier in Hall. Dann komme ich. Ich bin weg. Ich live hier, jetzt. Ich bin weg. Jetzt live ich hier. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017